Hallöche Leute, hier ist wieder euer MagicBieber und ich stelle euch jetzt ein weiteres Modulus-Ergänzungsteil vor. Nämlich haben wir hier eine schießende Laufverlängerung. Ein richtig geiles System und das gehört auf den Namen, nicht gehört auf den Namen, hört auf den Namen Barrel Strike. Schon mal ein schöner, eindrucksvoller Name. Und dahinter verbirgt sich dann hier dieses kleine Gerätchen, das wir schon durch den halb offenen Karton sehen können. Also wir können es theoretisch schon mal angrabbeln. Ist auf jeden Fall ein angenehmes Gefühl. Außerdem haben wir hier unten nochmal stehen, dass dieser Blaster für ab 8-Jährige freigegeben ist, empfohlen ist, ab 8 Jahren aufwärts und wir haben hier außerdem 4 Modulus-Pfeile mitgeliefert. Und das wäre eigentlich schon alles. Müssen wir aber noch eine Bedienungsanleitung haben, aber das wäre es dann auch. Das schneide ich jetzt rein, das gefällt mir. So, hier hinten können wir nochmal hier diese kleine Grafik sehen und was wir alles an der Modulus umbauen können. Aber das wurde jetzt erweitert um dieses kleine Gerätchen. Das wollen wir jetzt mal kurz auspacken und ausprobieren. Wie versprochen, eine Bedienungsanleitung. Und dann hier noch der restliche Inhalt, wie zum Beispiel der Blaster, beziehungsweise die Laufverlenkerung und 4 Pfeile. Zuallererst finde ich bei diesem Blaster natürlich das Design sehr besonders, sag ich mal ganz vorsichtig. Also zuallererst haben wir sehr viel Weiß in diesem Blaster. Aber es hält sich eben auch an die typische Modulus-Formula, nämlich mit Orange, Grau, Weiß. Leider kein Grün mit dabei, aber es passt auf jeden Fall gut zur Modulus-Reihe, wo wir es dann schön anbauen können, wo es auch farblich passt oder eben zu zum Beispiel dieser XD-Reihe, welche generell sehr viel Weiß haben. Außerdem, äh, wollte ich noch sagen. Neben dem Design gefällt mir besonders sehr gut dieser Griff. Der ist nämlich genau das, was ich von dem Griff erwarte. Er ist griffig und er füllt außerdem ziemlich gut die Hand, ist also sehr komfortabel. Außerdem haben wir hinten so eine kleine improvisierte Schulterstütze. Können wir anlegen, ist aber auch sehr kurz. Eher für die Kleineren geeignet an der Stelle, aber wem es gefällt, da kann man über die Deckung gucken und so. Ach, ein bisschen Erster Weltkrieg spielen, falls irgendeiner die Anspielung versteht. Außerdem haben wir keine weiteren Anbaumöglichkeiten, außer eine Tactical Rail-Steckschiene. Da könnten wir uns zum Beispiel ein Zielvisier draufbauen, allerdings haben wir nicht nur die Möglichkeit, eine Laufverlängerung anzubauen, an eine Laufverlängerung und auch keine weitere Schulterstützen-Anbaumöglichkeit. Das ist ein langes Wort. Außerdem gehört die Tactical Rail selbst zum Zielsystem, in dem sie zum Beispiel als Kimme fungiert. Hier vorne haben wir dann das Korn, hier die Kimme und das wirkt dann als Zielsystem. Sogar noch relativ gut, liegt schön an der Mitte des Blasters. Problem daran ist, dass die Pfeile nicht aus der Mitte des Blasters schießen. Das ist relativ ungenau, weil wir hier die Pfeile reinstecken und die schießen dann an den Seiten lang und wir ziehen dahin. Es ist nicht besonders präzise, aber die Pfeile können einfach vom Boden aufgehoben und hineingesteckt werden. Also absolut kein Problem. Außerdem sind das hier diese weißen Pfeile mit oranger Spitze, also die typischen Molulus-Pfeile, die eigentlich genauso wie die Mitte Pfeile sind, nur weiß. Und wie wir das schon von zum Beispiel der Jolt kennen, müssen wir dann diesen Blaster hier unten laden, indem wir daran ziehen. Und jetzt kann der Blaster benutzt werden. Und das viermal hintereinander, denn wir haben vier Schüsse. So, schön hintereinander. Wir haben eine relativ gute Nachladengeschwindigkeit. Und wenn man will, kann man diese vier Pfeile relativ schnell abschießen. Und ich meine auch, dass dieser Blaster so ein bisschen schon eine gute Reichweite haben könnte. So, jetzt muss ich euch nochmal kurz erzählen, dass hier vorne, ich habe hier gesagt, da könnt ihr was draufbauen und so, wird jetzt allerdings schwierig. Wenn wir jetzt nämlich umbauen wollen, diesen Blaster zu einer Laufverlängerung, dann drücken wir hier diesen kleinen Knopf und dann müssen wir diese Schulterstütze hier vorne auf die Tactical Rail klacken und die rastet dann ein. Funktioniert nicht, wenn wir es draufgebaut haben, müsst ihr also gucken, wie ihr das organisiert. Und so wie das jetzt gerade aussieht, könnten wir zwar den Blaster benutzen, absolut kein Problem, aber wir können nicht richtig zielen, weil hier der Blick versperrt wird. Aber wir haben jetzt die Laufverlängerung mit hier diesem Rohr und dann kann man praktisch die Bond Vision aktivieren und dann das als Zielsystem benutzen oder einfach durchgucken und dann... Boom! Auf Leute schießen. Ist auch irgendwie lustig. Aber das ist natürlich nicht der Sinn. Wir wollen das Ganze jetzt an die Modulus bauen. Das geht übrigens an alle anderen Blaster, die hier diese typische Laufverlängerungsspirale drauf haben. Aber bei der Modulus passt es eben am besten von den Farben. Außerdem ist es das Modulus-System, also passt es irgendwie. Okay. So, hier rangeklackt, ist sehr stabil, wie viel ich das bei anderen erlebt habe. Wackelt nicht, sitzt, packet unter Luft. Packet? Ist kein Wort. Und jetzt, wo die Barrelstrike angebaut ist, können wir sie zusätzlich nochmal als Griff benutzen für die Modulus. So können wir dann also in den Kampf ziehen. Außerdem, für den Kampf, können wir hier zum Beispiel schon die Munition reinpacken und dann hier laden. Das heißt, im Eifer des Gefechts, wenn uns hier die Munition ausgeht, können wir schon anfangen, hiermit rumzuschießen. Das Nachladen ist dann allerdings ein bisschen schwierig, weil man hier die Hand wegnehmen und ziehen muss. Also ist das immer so eine Einweglösung. Danach können wir ganz einfach hier den Blaster ein wenig drehen, ein bisschen rumwackeln und schon können wir weitermachen. Das ist also das Großartige an dieser Barrelstrike und eben auch das Praktische. Wir müssten nicht einen Blaster aus dem Holster ziehen und dann damit weiterkämpfen. Wir können sofort weitermachen. Und das finde ich extrem praktisch. Und die Barrelstrike harmoniert natürlich sehr gut mit der Stockshot, die ich auch schon ausgepackt hatte. Also, wer sich das Video noch ansehen möchte, oben auf das I drücken und das beides zusammen ergibt dann folgendes. Oh, Modulus leer, na dann packe ich mal schnell meine beiden Extra-Blaster aus. Und dann kann man so auf eure Gegner zulaufen. Das ist verdammt nochmal angsteinflößend, auch wenn die Blaster jetzt ein bisschen lächerlich aussehen. Aber stellt euch mal vor, äh, Kumpel da hinten, euer Teamkollege, der hat Probleme mit seinem Blaster. Ihr habt zwei, könnt ihm einfach einen rübergeben, kein Problem. Und die lassen sich extrem gut mit anderen Blastern kombinieren. Also, ich, ich finde die beiden sind eine extrem klasse Sache. Aber jetzt wollen wir erst nochmal zum Schusstest rausgehen und diesen Blaster hier ausprobieren. Vielleicht ist die Reichweite auch schlecht. Wer weiß, finden wir es jetzt heraus. Und das hier ist eine mögliche Kombination, die man dann mit diesen Teilen anstellen könnte und mit dem Teil hier. Eigentlich fehlt noch dieser eine Schild zum Aufklappen, den ich vorgestellt hatte. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf einen Modulus-Ergänzungsteil. Und das wäre eine Schulterstütze, wo man richtig viel Munition drin lagern kann und die man irgendwie ausziehen kann und sowas. Auf jeden Fall richtig geile Sache, aber auf die warte ich noch. Und danach fange ich mit dem eigentlichen Video an. Nämlich plane ich ein Modulus-Kombinationsvideo, auf das ihr auch alle gewartet habt. Allerdings muss ich dazu sagen, nicht hetzen. Gut Ding will weile haben. Ihr wollt ja auch ein gutes Video sehen. Ich meine, es gibt ja nicht nur Modulus-Blaster zum Vorstellen oder sowas. Es gibt ja auch Super Soaker-Blaster oder die Terra Scout. Und naja, auch in diesem Video habe ich die Aufnahmen irgendwie gelöscht, die Audio-Aufnahmen. Und deswegen muss ich das jetzt mit Voice-Over alles nachmachen. Und ich muss mir selber, ja, zuhören. Das ist nicht unbedingt angenehm. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal gerade ausschießen und zwar mit Elite-Pfeilen. Und das ist so unglaublich spannend. Hui, Pfeile. Naja, und dann habe ich da nochmal zwei Pfeile gelagert. Und das fand ich sehr lustig. Und ich fand mich sehr lustig. Und dann lade ich jetzt nach und überbrücke ein bisschen die Zeit. Naja. Ich vergleiche übrigens nochmal an zu pfeifen. Seht ihr? Da mache ich es gerade. Und dann schießen wir jetzt weiter und zwar nach oben. Wisst ihr, was ich gepfiffen habe? Das Anfangslied von Gravity For Uns. Ich liebe die Serie. Ich mag Bisseifer. Aber die englische Variante von Bisseifer ist besser. Nun, jetzt haben wir auf jeden Fall schön geschossen. Ich habe euch mit Smalltalk unterhalten. Und jetzt passiert noch was Lustiges. Ja, mir fällt der Blaster runter. Lustig, nicht wahr? Hier haben wir den ersten Fall bei... Bei 7,50 Meter. Der nächste bei... 8,30 Meter. Also ich muss mir selbst zuhören, wie ich Reichweiten ansage. Bei 10 Metern war der. Und... 12,50 Meter. Ich könnte mir das auch einfach aufschreiben, aber das wäre viel zu viel Arbeit. Dann bin ich fast vorbeigerannt. Der ist bei... 14,30 Meter. Genau auf 16 Metern. 18,20,30 Meter. Und der letzte... Bei 19 Metern. Tja, und jetzt ist es mir nochmal vergönnt, ein bisschen zu urteilen. Also ich war nicht allzu beeindruckt mit der Reichweite, seien wir ganz ehrlich. Das war nicht bei Elite-Reichweite. Es war ungefähr auf dem Devol einer Jolt. Wenn man Glück hatte, flog es halt 19 Meter weit. Und das war für den kleinen Blaster schon mal gar nicht schlecht. Das ist ein relativ großer Blaster und das ist gar nicht mal so geil. Da muss man allerdings die Summe sehen. Wir haben eine Tactical Rail. Wir haben die Möglichkeit, vier Pfeile reinzupacken. Wir können sie schnell hintereinander abschießen. Außerdem ist es halt wirklich geil, wie man diesen Blaster zusätzlich als Griff und als Laufverlängerung benutzen kann. Und sogar das Umbauen, das ist doch irgendwie geil. Hat so was von der Midi-Bee-Cheef aus der Rebell-Serie. Und auch die fand ich schon irgendwie cool, nicht wahr? Naja, und den finde ich sogar so gut, dass ich euch mal den Link in die Beschreibung getan habe zu Amazon. Und da würde ich sagen, das wäre auch alles, was ich dazu sagen wollte. Ich werde mich jetzt verabschieden und verblastern. Deswegen werde ich den hinwerfen. Das war ein toller Witz, den ich im Original hatte. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's wirklich und beißt euch durch. Euer Magic Bieber. Ciao.